GERUTZI! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Minira Warte Better was mit dem Flo! Hey! Ich hab eigentlich wirklich gesagt, ich will meinen Kanal mittlerweile alleine machen, aber naja... Naja... Leute! Ich hoffe euch hat das gestrige... Scheiße, ich kann das Video heute auch nicht hochladen. Das ist das Video von vorgestern! Nein, 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 Leute! Und zum... Ab! Das fackt mich grad übelst wieder ab, also wirklich! Wer fackt dich jetzt? Ich hab's grad gehört, ein bisschen. Jaja... Also eben nicht gehört... Du warst einfach weg, kurz. Ja... Zum Beispiel wieder so Leute... Fuck echt? Ja... Moment. Moment? Okay, wir warten einen Moment. Ich denke... Ich denke, er wollte sagen... Guck mal eben nach... Auch fuck, was war jetzt? Was? Die sind da? Ich denke mir nur grad so Worte fuck, was ist jetzt los? Die haben nicht... Ach Leute, echt! Wie ist das sowas? Ne... Sowas muss echt nicht sein, weil... Ich weiß, ich reg mich schon wieder auf im ersten PvP-Video. Was? Aber warum rusht man so schnell? Das... Ergibt gar keinen Sinn! Er... Fuck, Leute! Bei mir hängt alles! Ich hoffe, ich bin jetzt nicht tot! Ich bin tot! Leute! Ich auch! So, ich kann schon wieder ausrasten! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mir! Ja, das ist tot! Schaut bei 2Gamer HD und beim Reads Zone vorbei! Und... Thanks for playing! Scheiße, nope! Oh Gott, Alter! Lest du das da auch grad noch? Du hast ja grad stand! Ja... Hättest du ja auch kennen können! Ja, ich... Ich versteh den Satz grad nicht! Das war das letzte, was du da... Du... Ich hör dich nicht! Schon wieder nicht! Drück mal auf irgendeine... Der ist... Der ist hundermüde! Ja... Moment... Ich... Ich... Ich mach jetzt mal ganz kurz was, sonst war ich ja... Ich schließe einfach mal ein paar Programme, die... Und ich hoffe mal, dass das irgendwie helfen könnte... Ja, das... Wärkt aber nicht schlecht! Denk ich ja weniger, dass das was hilft! Aber naja, wir sehen uns wie gesagt einfach mal in der nächsten Runde! Ja, das denke ich auch eigentlich! So, sind wir wieder in rot? Ne, wir sind in blau... Blau... Ich glaub das ist... Nein, nein, blau blau! Okay! Ich denke rot hat sich schon ausgerotet! Oder was weiß ich was! Vor allem ausgerotet! Oh Mann! Was?! Honigkuchen... Pferd! Ja! Leute, was habt ihr für einen Namen hier, Bastarde! Ja! Solang das Pferd nicht check-leadet hast! Boah, ich hab so nen Lachflash echt! Ich... Ich muss wieder der alte Reatzer werden! Ich muss wieder so hart beleidigen, ne! Ja, und nicht der komische, fette Typ, der nur schläft! Du bist... Du bist nicht komisch! Du bist nicht komisch! Du bist der unlustige Flo! Was?! Ab und zu bist du lustig, aber ab... Du bist meistens der unlustige Flo gewesen! Moit! Hä? Übrigens, wir sind wieder da, Leute! Haben die, glaub ich, gemerkt, ja? Was für ein unlustiger Flo! Ja, bist du! Der sagt, ich bin unlustig! Flo! Flo! Guck mich mal an! Warte jetzt! Wo? Ich guck mich, der Pferd ist gestorben! Na dann! Wo? Äh, ja, was? Jetzt fängt das zu hinterher an, echt! Ach, fuck! Leute, hier ein kleines Bild, warum der jetzt gelacht hat! Achso, hab ich? Ah ja, hab ich ja schon! Guck mal was kleines, damit ihr es ungefähr sehen könnt! Flo, du musst mir jetzt mal ein Bild dann schicken! Ja! Oh! Was für ein Bild! Ja! Ei! Mordarmee! Ach, die bauen sich ja schon rüber! Haha! Fuck! Echt! Das sind alles solche komischen Noobs! Du sollst mir... Ja, Noobs folgen! Schau, warte mal! Du bist sowieso dann besser im Bogen! Ich geb dir schon mal die 2, die ich hab! Oh! Geil! Äh, Flo, das Ding ist bei mir, ist bei Itad sogar so problematisch! Das weißt du auch! Ja, das geht jetzt eh schon locker im Monat so! Ja, ich weiß nicht warum! Ist doch echt so ne! Locker im Monat! Bestimmt! An einigen Tagen! An einigen Tagen! So geil ne! Aber ich denke mal heute... Fuck! Ich hab Teamplugging gekauft! Wollte ich gar nicht! Nee! Aber ich denke... Ich denke mal heute ist... Dings... Äh... Fuck mal Internet rum, weil... Dings... Weil jetzt gerade so viele Leute über Telekom Online sind oder sowas in der Art... Wenn man diesen Tailor kann... Dings... 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 Ey, guck mal! Das ist in jedem Fall fantastisch! Das hier auch! Pfff... Scheiße! Ich hab keine... Ich hab... Ne... Ich hab... Ich hab... Ich hab 13 Worte! Ja... Achso! Scheiße! Da ist übrigens schon... Über mehr jetzt! Ja... Ja... Das war schlau... Das war schlau! Er hüpft einfach um einen Block! Um einen Block daneben! Wobei er sowieso gestorben wäre! Ja hier ein Bild? Ach du Scheiße! Echt Leute gibts! Ich hab jetzt gerade gesagt... Hier ein Bild... Was soll ich heimblenden Flo? Ich weiß es nicht! Du willst ihm irgendwelche Bilder... Ja... Schlag mir was vor! Boah! Was soll ich heimblenden? Ah Leute! Hier das Huhn! Das darf nicht fehlen! Das Huhn also! Ihr braucht gar nicht zu hoffen! Bei mir sehn hier keinen Huhn! Ja... Ja... Schade ne? Aber bei mir gibt es... Mindestens einmal pro Folge... Ein... Wackelndes Huhn! Wackelndes Huhn! Ich hab den grad nicht ernsthaft getroffen! Ist er tot? Nein, nein, nein! Alter! Der kapiert das nicht oder? Er stirbt wenn er runterspringt! Ja... Ob ich spiele? Ich bekomme ein Feind zurück! Naja... Flo! Was denn? Sterben jetzt nicht großartig! Na ja, hat er nicht mal Rüstung oder? Oder hat er was? Ja, aber sterben wird er trotzdem nicht! Natürlich! Alter! Dann sag ich... Kleine... Hornelua... 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 Wo ist eigentlich der andere? Ach... Guck mal! Hab doch gesagt das Stück nicht! Hä? Nicht! Aber jetzt ist er tot! Der kleine Fass! Ich dachte... Ich dachte... Pff! Der könne nicht! War nicht! Ach du Scheiße! Was? Mann! Das liegt mir so auf! Das ist echt... Ich geh mit meinem Internet... Mann! Oh Mann! Echt! Jetzt kann ich mir nicht mal meine Videos von YouTube anschauen! Naja... In Anführungszeichen... YouTube! YouTube Porn! Habe ich jetzt mit Absicht so ein bisschen blöd betont! UGIS! UGIS! RAZERS! Jetzt zei... Ja! Okay! So... Kinder... Ihr fragt mich jetzt... Warum kennt der Ockel Ria zu wie das? Ja und warum hat der Pornhub nicht gesagt? Ein Pornhub... Das ist so... Oder 15! Ähm... RAZERS musst du kennen! Fällt mir noch was an! Weiß ich jetzt nicht! Bekanntste Pornoseite auf der Welt ohne Scheiß! RAZERS! Könnt ihr gerne vorbeischauen! Link in dem Video beschreiben! Okay! Nee! Nee! Einfach nee! Die Pornoseite völlig! Ähm... Flo! Ja! Unsere Base! Ah fuck! Fuck! Flo! Das Ding muss meine Zeit! Ich brauche... Hilfe! Wer ist da oben? Das ist ein... Das ist ein Girl hier oder? Ist das nicht irgendein Mädchenskill? Ja doch! Ich bin doch mit 3 Gold gestorben! Ach fuck! Das ist ein Scheiß-Honig-Kuchen-Pferde! Ich bin auch tot! Alter du kleiner Fritz! Komm doch! Ich gehe von der einen Seite hoch und du warte! Ist glaube ich im Plan! Komm, komm! Greif an! Du kleiner Fritz! Alter wieso hat er das... Ach sie mit Gipfel! Ja! Ja! Das ist eh... Ja der wäre sowieso gestorben! Ja eh! Wegen den Team-Blöcken! Wäre sowieso! Alter aber ey! Hat sie den Eier wohin gegangen? Diese behinderte Mod-Army! Die stimmt auch immer! Kleine Mist geworden! Also das ist auch ein Mädchen oder was? Ja keine Ahnung! Wieso spielen in letzter Zeit nur Mädchen? Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wahrscheinlich solche 10-Jährigen! Ah man echt! Ich darf mein Gott spielen hier Gold! Ey Flo! Ja? Hashtag verspielt! Hashtag verspielt! Ey da kommt wer du! Ey guck mal! Ich hoffe der ist so dumm der kleine Fritz! Ne ist er leider nicht! Scheiße ist nicht dumm! Fuck ich dachte eigentlich! Oh ja das stimmt auch! Aber ich baue das einfach aus Prinzip ab! Mach das! Und dann ersetzt den kompletten Weg bitte wirklich mit dem Team-Block nur! Den kompletten? Ja weißt du warum? Wir können dann schweben wie Jesus! Das ist schon klar dass die Team-Blocker nicht so billig sind glaube ich halt! Ja ist mir egal! Ja da kostet ein Team-Block 4 Browser das ist ja teuer! Und Leute! Du guck mal wie teuer die sind! Alter 4! Ich schwör jetzt hol mal da drum! Was?! Ach ich dachte mir ja grad ich hab was gehört! Ach fuck! Ich bleib mal hier zur Sicherheit! Haha! Ich fick dich! Ja dann soll Conchita das halt haben! Oh mein Gott! Was ist doch! Ach fuck! Ich hab mir das jetzt nicht riskiert! Warte mal! Jetzt riskier's! Ja jetzt riskier's! Doch nicht! Äh! Was?! Wie schnell ist die? Oder eher sie! Conchita! Alter du! Alter guck mal! Der will uns anlocken! Brunze! Der denkt doch wie sie dumm ist! Was hast du grad gesagt? Was?! Alter ey die sind beide da! Ja! Achtung! Hüpfe einfach in den Weg! Oder eher! Conchita! Ich stell mich hier so mitten in den Weg! Ja! Nur das er sie erst nicht abbauen kann! Das sind zwei mittlerweile! Das die nicht abbauen können! Ich hab den einen runtergeholt! Ich hab den einen runtergeholt! Und der andere ist tot! Alter wir sind die geilsten Kinder auf Gottes Erden! Hast du jetzt drei Golds? Ja oder? Ja bis bitte! Ja dann passt! Gut! So! Ne Neck! Ich würd sagen! Wir rushen einfach vor! Bist du behindert? Ne! Was für Ne Banner? Leute hier ein Bild! Von was?! Keine Ahnung! Oh man! Leute hier ein Bild! Ich hab jetzt wahrscheinlich... Oh! Flo! Ja! Sind die da? Also jetzt kommt... Jetzt werden wir jetzt... Du hast grad gelangt! Ich hab's nicht verstanden! Die werden jetzt wieder zwei Bilder eingeblendet! Ja von mir wahrscheinlich! Nein nein! Ja zum Glück! Ach ne Scheiße! Scheiße! Scheiß war's auch ganz kurz! Der Star ist da! Oder sie! Ja! Du 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 du! Ne jetzt werd ich aggressiv! Tut mir laut! Wow fuck! Das ist ein Loch! Oh man! Echt! Alter du kleine blöde! Was?! Scheiß! Wie hier geht kein... Hatte das nicht bemerkt jetzt?! Ähm Flo! Hilfe! 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 Der ist bei uns! Fuck! Aber ich bin jetzt auf... In der Mitte von dem Weg! Egal! Egal was mal ich bin da! Ähm! Will der Typ mich verarschen eigentlich! Ah! Ähm! Flo! Wir haben praktisch verloren! Einfach aus dem Grund! Der hat sich zugebaut! Naja! Aber es heißt doch lange nicht verloren! Du sollst nicht liegen! Doch! Ich bin jetzt wahrscheinlich komplett tot! Noch nicht! Okay! Äh! Flo! Das kannst du vergessen! Ach fuck! Was habe ich gesagt? Fuck! Ich war am Block! Ich war am Block! Ich war am Block! Ich wusste es, dass er jetzt wieder rumschreitzt! Wie so eine kleine Schlampe, die gerade entjungfert wird! Was? Ein Bild! Was? Was für ein Bild? Ja! Wie eine... Junge! Ich schwöre! Ich muss jetzt ein Bild finden, was nicht so krass ist! Wegen die kleinen Fratzen! Ach du Scheiße! Echt! Alter Leute! Ich... Einfach eine richtig krasse Missgeburt! Alter! Da ist ja ein Typ auf einmal! Leute! Ich bin jetzt wahrscheinlich... Tod! Wetten! Achso! Du lebst noch! Ja! Ich bin ja eigentlich richtig krasser Dude! Guck mal! Du lebst noch! Achso! Ich dachte du warst schon vor mir tot! Nein! Ich bin vorher schon rausgekommen! Okay! Danke fürs Zusehen! Schau auf jeden Fall bei dem komischere Herzzone vorbei! Und dann bis zum nächsten Video! Tschau Leute!